Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Wir haben heute ein Thema, das heißt Hochdruck und dazu haben wir einen Spezialisten eingeladen und dieser Spezialist ist Herr Professor Hausberg. Herr Professor Hausberg ist Direktor der Medizinischen Klinik 1 im städtischen Klinikum Karlsruhe und er ist Spezialist für Nierenerkrankungen und Hypertonus, arterielle Hypertonie, Hochdruck. Herr Professor Hausberg, herzlich willkommen. Was ist eigentlich ein Hochdruck? Ein Hochdruck, also fangen wir an mit dem Blutdruck. Blutdruck ist notwendig. Es ist die treibende Kraft, um das Blut durch den Körper zu treiben. Da das Herz eben nicht dauerhaft pumpt, sondern immer nur so phasenweise pumpt und sich dann wieder füllen muss, gibt es halt einen oberen Wert. Das ist dann, wenn die maximale Pumpkraft des Herzens sich in die Gefäße entfaltet. Das ist der obere Blutdruckwert, das ist der systolische Wert und dann der minimale Wert, der vom Gefäßsystem aufrechterhalten wird, damit das Blut auch weiter fließt, wenn das Herz sich wieder füllt. Das ist so eine diastolische Blutdruckwert. Die Normwerte werden in Millimeter Hg angegeben und sind 120 zu 80. Das ist aber optimal und wunderbar und wir können sagen, pathologisch ist alles, was 140 zu 90 und mehr ist. Wann misst man denn seinen Blutdruck? Die meisten Menschen messen es zu wenig und zu selten und zu spät. Man sollte ihn nach den neuen Leitlinien ab dem 18. Lebensjahr auf jeden Fall messen und zumindest alle fünf Jahre, wenn er nämlich normal ist und wenn er nicht normal ist oder leicht erhöht ist, eben auch öfter. Wie ist es denn, wann muss ein Mensch seinen Blutdruck messen? Muss er dazu bestimmte Situationen einhalten? Muss er in Ruhe messen, im Sitzen messen, im Stehen messen? Also die definierte Situation für die Blutdruckmessung ist im Sitzen nach fünf Minuten Ruhe. Man sollte also fünf Minuten in Ruhe sitzen und den Blutdruckwert, den man dann misst, das ist der Wert, den man nehmen kann und dann auch beurteilen kann, ist es zu wenig oder ist es zu viel oder ist es genau richtig? An welchem Arm misst man denn den Blutdruck? Man sollte zu Anfang mal an beiden Armen messen und man sollte von dann immer den Arm nehmen, wo er höher ist. Nun gibt es ja so eine alte Regel, so eine Bauernregel fast. Lebensalter plus 100 ergibt dann den Blutdruck, den man haben muss. Ist da was dran? Naja, die ist leider abgelöst, diese Regel. Die macht es vielen Menschen sehr einfach. Die Regel ist abgelöst, das gilt so nicht. Man kann natürlich sagen, das ist ganz klar, je älter man wird, desto höher ist der obere Wert, der systolische Wert. Der untere Wert sinkt sogar, weil die Gefäße halt steifer werden und daher den Druck weniger gut halten können, wenn das Herz eben nicht mehr pumpt. Das heißt also, ein erhöhter Blutdruck ist immer ab 140 zu 80. 190, genau. Und der in Ruhe gemessen, das ist, also 140 zu 90, ganz wichtig, dass das alles, was darüber hinausgeht, ist Hochdruck. Ja, genau. Und warum muss ich denn jetzt behandeln? Wofür steht denn dieser Hochdruck? Was ist das für ein Risiko? Gut, wir haben leider mit dem Blutdruck, und zwar genau diese 140 zu 90 sind es, wo das Risiko für ganz verschiedene Organerkrankungen steil ansteigt, wirklich steil ansteigt. Und diese Erkrankungen sind zum einen mal das Herz. Da gibt es nämlich die Herzinsuffizienz, die Herzschwäche ist eine blöde Erkrankung. Dann natürlich auch den Herzinfarkt. Dann ist das, was die meisten Menschen für noch viel schrecklicher ist, ist der Schlaganfall. Der hängt besonders stark vom Blutdruck ab. Nicht zuletzt ist die zweithäufigste Ursache, an der Dialyse zu landen, letztlich Bluthochdruck. Also insofern sind es verschiedenste Organsysteme, die erheblich betroffen werden. Und eben beim Gehirn ist es leider nicht nur der Schlaganfall, sondern dummerweise auch die Demenz. Auch die Demenz hängt am Bluthochdruck. Wie viele Menschen in Deutschland sind von einem erhöhten Blutdruck betroffen? Sehr viele. Es ist eine Volkserkrankung. 30, 33 Prozent aller Deutschen haben Bluthochdruck. Und zwar Männer und Frauen gleich. Und wie senkt man den Blutdruck jetzt? Jeder Mensch muss versuchen, Allgemeinmaßnahmen einzuhalten. Wer nichts davon einhalten kann, dem wird mit Tabletten auch nicht zu helfen sein, die Allgemeinmaßen sind. Man soll sich bewegen. Und das ist das, was auch am einfachsten umsetzbar ist, sich zu bewegen, also Treppen zu nehmen, Treppen zu steigen, Fahrrad zu fahren, möglichst viel auch zu Fuß zu erledigen. Das sind ganz einfache Dinge. Wer zu dick ist, sollte Gewicht abnehmen, was aber ohne Bewegung auch überhaupt nicht geht. Also mit der Erde alleine klappt es nicht. Man sollte Salz sparen. Das Salz ist ja meistens versteckt in zu breiten Nahrungsmitteln. Es ist tatsächlich so, dass man versuchen wollte, mit seinem Stress zurechtzukommen. Da gibt es Entspannungsübungen. Das muss aber jeder Mensch für sich ausprobieren, was ihm hilft. Deswegen sind die Studien auch so schwierig. Es gibt keine einzige Studie, die gezeigt hätte, dass eine Maßnahme ganz vielen hilft, sondern es ist individuell zu gestalten. Und neben diesen Allgemeinmaßnahmen kommen dann natürlich, wenn die nicht helfen, Tabletten in Frage. Und nach den neuen Leitlinien sollte man nicht allzu lange fackeln. Also wenn der Blutdruck gewisse Werte überschritten hat, muss man gleich die Tabletten hinzunehmen. Und da gibt es ein Stufenkonzept von auch Kombinationen. Also jetzt wird eigentlich die direkte Kombinationstherapie von zwei verschiedenen Wirkstoffen empfohlen, die zusätzlich zu den Allgemeinmaßnahmen sind. Vielen Dank, Herr Professor Hausberg. Das war eine gute Einführung in Hochdruck. Und wie kann ich ihn behandeln? Vielen Dank, meine Damen und Herren. Sie sehen, Hochdruck ein hochmaligner, hochbösartiger Risikofaktor. Jemand, der es wirklich schuldig ist, ihn intensiv zu behandeln. Vielen Dank. Genau.